Hallo Monika, du hast gerade noch mal auf ein Jahr Rot-Grün in NRW zurückgeschaut, auch aus Parteisicht. Was hast du da eben erzählt, so mal in 30 Sekunden? In 30 Sekunden lässt sich diese Wahnsinnsbilanz dieses Jahres natürlich nicht darstellen. Aber ich habe Schwerpunkte genannt, die wir ja auch im Wahlkampf den Wählerinnen und Wählern versprochen haben. Wir haben NRW gerechter gemacht, die Gemeinschaftsschule ist auf den Weg gebracht, Studiengebühren abgeschafft. Wir haben angefangen, NRW demokratischer zu machen. Wir werden die direkte Demokratie stärken, Volksbegehren erleichtern. Wir haben NRW kommunalfreundlicher gemacht. Das Ausplündern der kommunalen Kassen hat mit uns ein Ende. Und wir haben NRW mit uns in NRW auf den Weg zu einer Energiewende hingemacht. Mit Windkrafterlass, mit einer klaren Umjustierung Richtung Erneuerbare. Und weg von diesem Denken in den alten Kategorien, große Kraftwerke, Tonnen von CO2, Emissionen und Stillstand. Und das ist ein Ende.